Musik Wir dividieren schriftlich durch einer, was auf der Seite 102 unter der Nummer 1 ebenso zu finden ist. Dividiere schriftlich, achte auf die Nullen. Die Herausforderung heute ist, dass die einzelne Ziffer des Dividenden gelegentlich kleiner ist als der Divisor. Wie man damit umgeht, zeigt dir dieses Video. Wir rechnen wieder mit unserem Viererschritt. 6 geteilt durch 6 ist 1. 1 mal 6 ist 6. 6 an. 6 minus 6 ist 0. 0 an. Und wir holen die Ziffer 2 herunter. So, 2 geteilt durch 6 geht nicht, also schreiben wir hier eine 0 und rechnen ganz ungeniert weiter. 0 mal 6 ist 0. Und das Ganze wieder minus 2 minus 0 ist 2. Und wir ziehen die nächste Ziffer herunter. 27 geteilt durch 6 ist 6. Ich seh an. Minus. Wir rechnen 2 geteilt durch 8. Ups, das geht ja wieder nicht. Also die 0. 0 mal 8 ist 0. 2 minus 0 ist 2. Wir holen die nächste Ziffer runter. 28. 1. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5.